Hallo, hier ist wieder aus Witter Ude und ich bin so begeistert und davon möchte ich euch heute erzählen. Denn ich freue mich, dass ich heute das Buch von Alex Fischer bekommen habe. Ich hatte in einem vorherigen Video ja schon davon erzählt, aber heute halte ich es in meinen Händen. Dieses dicke Buch. Das hat mir der Postbote heute gebracht. Das kann ich euch sehr, sehr empfehlen, denn darin erklärt Alex Fischer die 43 Erfolgsgesetze, wie du erfolgreich und glücklich in allen Lebenslagen leben kannst. Ich habe ja schon sein Hörbuch gehört von diesem Buch und bin total geflasht. Also es ist ganz detailliert erklärt. Alex erklärt das ganz verständlich, sodass das also auch gut nachzuvollziehen und vor allen Dingen umzusetzen ist. Und mit diesem Buch kann ich jetzt wirklich richtig arbeiten. Das Hörbuch habe ich konsumiert, aber dieses Buch, was ich jetzt hier in Händen halte, damit kann ich arbeiten, markieren, Notizen machen und so weiter. Noch gibt es dieses Buch als Geschenk. Fordere es dir deshalb gleich an. Klicke einfach auf den Link im Video oder auch unter dem Video und dann hast du das in ein paar Tagen in den Händen. Ich wünsche dir ganz viel Freude daran und ich freue mich, wenn du mir ein Däumchen nach oben zeigst, wenn dir das Video gefällt, kommentierst und meinen Kanal abonnierst, wenn du ihn nicht schon abonniert hast. So verpasst du kein Video mehr von mir. Das war's für heute von Roswitha Ude aus Berlin. Tschüss! Groß. 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 ?